Ehingen ist eine Stadt im Südosten Baden-Württembergs etwa 23 Kilometer südwestlich von Ulm und 67 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Sie ist die größte Stadt des Alp-Donau-Kreises und Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Seit 1. Januar 1974 ist Ehingen große Kreisstadt. Mit den Nachbargemeinden Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen ist die Stadt eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eingegangen. Der Teil der Ehinger Gemarkung auf der Alp-Hochfläche gehört zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Von 1346 bis 1805 gehörten Stadt und Umland zu Vorderösterreich, wovon noch heute das Ständehaus am Marktplatz Zeugnis gibt. Geografie Ehingen liegt am Südrand der mittleren Flächenalp am nördlichen Ufer der Donau in einer Flussschleife der Schmich. Dieser kleine Fluss entspringt rund 20 Kilometer nördlich von Ehingen in den lutherischen Bergen. Er reicht das Stadtgebiet bei Bergkach, durchquert die Kernstadt und mündet südöstlich von ihr in die Donau. Die Donau streift die Stadt nur im äußersten Südosten. Von Mundakingen und Rottenacker kommend gelangt sie beim Stadtteil Herbertshofen in das Stadtgebiet. Fließt dann in nordöstlicher Richtung vorbei an den Stadtteilen Dindenhofen und Dettingen, zwischen der Kernstadt im Norden und dem Stadtteil Berg im Süden hindurch, bevor sie die Schmich aufnimmt und anschließend südlich der Stadtteile Naskenstadt und Gämmerschwang verläuft, um schließlich das Stadtgebiet nordöstlich in Richtung Ulm wieder zu verlassen. Der Stadtteil Ristissen liegt als Exklave rund 8 Kilometer östlich des Stadtzentrums in der Donauebene an der Riss, die nur wenig weiter nördlich in die Donau mündet. Am Westrand Ehingen steigt das Gelände um über 200 Höhenmeter zur Ehingerer Alb und dem Stoffellberg an. Auf dieser welligen Hochfläche bis Mundingen verlaufen zahlreiche Wanderwege, die zum Besinnungsweg Ehingerer Alb vernetzt sind. Die folgenden Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Ehingen im Uhrzeigersinn genannt, beginnend im Norden, Schäklingen, Allmendingen, Altheim, Oepfingen und Griesingen, Laubheim und Schämmerhofen unter Stadion Rottenacker, Mundakingen, Untermarchtal und Lauterach sowie Hängen und Münsing. Die Stadt besteht aus der Kernstadt, zu der auch die bereits 1939 eingegliederten Gemeinden Dettingen und Bergach gehören, und den im Rahmen der Gemeindereform der 1970er Jahre eingegliederten Gemeinden Altbierlingern, Altstäuslingen, Bergdechringen, Erbstätten, Frankenhofen, Gelmerschwang, Granheim, Herbertshofen, Heufelden, Kirchbierlingen, Kirchen, Mundingen, Naskenstadt, Ristissen, Scheibleshausen und Volkersheim. Die ehemaligen Gemeinden sind zugleich Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung, das heißt, sie haben je einen von den Wahlberechtigten bei jeder Kommunalwahl neu zu wählenden Ortschaftsrat mit einem Ortsvorsteher als Vorsitzenden. In jeder Ortschaft gibt es eine Ortschaftsverwaltung, quasi ein Rathaus vor Ort, dessen Leiter der Ortsvorsteher ist. Zu einigen Stadtteilen gehören noch räumlich getrennte Wohnplätze mit eigenem Namen, die jedoch meist nur wenige Einwohner haben. Oder Wohngebiete mit eigenem Namen, deren Bezeichnungen sich im Laufe der Bebauung ergeben haben und deren Grenzen dann meist nicht genau festgelegt sind. Solche Wohnplätze sind, in der Kernstadt, Jägerhof, Käshof, Saurücken, Steinhof, Lehn und Ziegelhof, in Berg, Ernsthof, in Erbstätten, Vogelhof, in Frankenhofen, Karlshof, Eingen ist ein Mittelzentrum innerhalb der Region Donau-Illa mit der Stadt Ulm als Oberzentrum. Zum Mittelbereich Eingen gehören neben Eingen selbst die folgenden Städte und Gemeinden des Alp-Donau-Kreises. Allmendingen, Altheim, Emeringen, Emerkingen, Griesingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Lauterach, Munderkingen, Oberdischingen, Obermarchtal, Oberstadion, Oepfingen, Rechtenstein, Rottenacker, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen. Geschichte von Schelklingen zu Österreich Erste Menschen haben sich im Gebiet Ehingens vermutlich schon zur Jungsteinzeit niedergelassen. Vereinzelte Funde bestätigen dies. Hinweise auf die Kelten sind spärlich. In der Römerzeit war Eingen wohl ein wichtiger Durchgangspunkt. Es folgte die alemannische Einwanderung, mit der die Geschichte des Ortes Eingen begann. Ein Alemannenfriedhof an der Schmich zeugt ebenso davon wie bedeutende Funde aus den Jahren 1929 und 1930. Die erste nachgewiesene urkundliche Erwähnung von Ilna ist in einer Tauschurkunde des Bistumskorps und des Klosters Schwarzach aus dem Jahr 961 enthalten. Die Ansiedlung lag in der Schmichniederung an der Stelle der heutigen unteren Stadt. Der eigentliche Gründung der Stadt geschah durch die Grafen von Bergschielklingen neben ihrer Burg über der Schmich. An sie erinnert das heutige Stadt Wappen. Nach dem Aussterben des Berger Grafenhauses fiel Eingen 1346 an Österreich. Die finanzschwachen Habsburger verpfändeten die Stadt jedoch bald an verschiedene Adlige. Dieser Umstand sowie der wachsende Wohlstand der Bürger ermöglichten es der Stadt wichtige Rechte zu erwerben, die an die der Reichsstädte herankamen. Im Jahr 1500 hielt sich Kaiser Maximilian mehrmals innerhalb der Mauern von Eingen auf. Zu seinem Freundeskreis gehörten die gebürtigen Einger Gebrüder Winkelhofer, der Dichter Jakob Locher und der Bildhauer Jörg Musgat. Von 1689 bis zu seiner Auflösung 1806 war die Stadtauchsitz des Ritterkantons Donau. Brände von 1688 und 1749 hinterließen deutliche Spuren im Stadtbild. Um 1790 wurde von diesem Gebiet Vorderösterreichs erstmals durch den Tiroler Bauernkartografen Anton Kirchhebner eine genaue Landkarte erstellt. Sie wurde aber wegen der 1793 ausgebrochenen Franzosenkriege nicht mehr gedruckt. Im Pressburger Frieden 1805 musste Habsburg seine Vorlande an die französischen Verbündeten abtreten. Eingen kam nach über viereinhalb Jahrhunderten österreichischer Herrschaft an das neu geschaffene Königreich Württemberg. Bereits im folgenden Jahr wurde es Sitz eines Oberamtes aus dem 1934 der Landkreis Eingen hervorging. Im Hungerjahr 1816 kam die Not nach Eingen, die dank guter Vorräte im Spitalkasten milder als in anderen Gemeinden und Städten Mitteleuropas verlief. Seit 1717 war zwar eine städtische Feuerspritze vorhanden, jedoch wurde erst am 18. Juli 1861 die Freiwillige Feuerwehr Eingen gegründet und damit eine Organisation zur Brandbekämpfung ins Leben gerufen. Mitte Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Gewerbe stark und damit auch die Stadt. Bedeutend waren Brauerei und Baugewerbe. 1937 ließ sich die Schwäbische Zellstoff AG in Eingen nieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zum Aufstieg der FH Schlecker, die mit einer Metzgerei in der Bahnhofstraße begann. Die Stadt gehörte inzwischen wie der gesamte Landkreis Eingen zum Land Württemberg-Hohensollern und ab 1952 zum Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohensollern im neuen Bundesland Baden-Württemberg. Im Zuge der Kreisreform 1973 wurde der überwiegende Teil des Landkreises Eingen mit dem Landkreis Ulm zum neuen Alp-Donau-Kreis zusammengeschlossen. Einige Gemeinden des Kreises Eingen kamen zum vergrößerten Landkreis Biberach. Damit verlor Eingen seine Funktion als Kreisstadt. In Folge der Eingliederung von 17 Stadtteilen überschritt die Einwohnerzahl die Grenze von 20.000. Daher stellte die Stadtverwaltung einen Antrag auf Erhebung zur großen Kreisstadt, dem die Landesregierung mit Wirkung zum 1. Januar 1974 entsprach. Einige Aufgaben des Landkreises gingen damit auf die Stadt Eingen über, sodass der Verlust des Kreissitzes teilweise wieder ausgeglichen war. In Eingen befindet sich eine Außenstelle des Landratsamt des Alp-Donau-Kreis. Das Gebiet der heutigen Stadt Eingen gehörte zunächst zum Bistum Konstanz und war dem Archidiakoner ca. Alp unterstellt. In Folge der Zugehörigkeit zu Österreich wurde die Reformation nicht eingeführt, sodass das Stadtgebiet über viele Jahrhunderte überwiegend katholisch blieb. Lediglich im Stadtteil Mundingen wurde 1535 die Reformation eingeführt, da er zu Württemberg gehörte. Die erste Einger Kirche wurde 1182 erwähnt, 1339 erschien sie als Sankt-Blasius-Geweihte-Kirche. Die heutige Sankt-Blasius-Theodol-Kirche ist ein Bau aus dem 18. Jahrhundert mit dem Turm von 1888. Eine Liebfrauenkirche wurde 1239 von den Grafen von Berg gestiftet und 1639 dem 1630 gegründeten Franziskanerkloster übergeben. 1723, 25 wurde sie neu erbaut. Das Klostergebäude dient heute als Altersheim. Eine weitere katholische Kirche ist die Herz-Jesu-Kirche, Konviktskirche von 1712, 19. mit Turm von 1885. 1970 entstand die Sankt-Michaels-Kirche. Die Katholiken der Kernstadt und von Altstoßlingen, Bergacht der Tingen und Herbertshofen gehören zu den beiden Kirchengemeinden Sankt-Blasius und Sankt-Michael. In Altstoßlingen gibt es eine Kirche von 1756 mit gotischem Chor und neuem Turm von 1970. In der Tingen steht die Kapelle Sankt-Leonhard, die 1765 erbaut wurde und in Dindenhofen eine Kapelle von 1705. Auch die Katholiken aus Heufelden gehören zu Ingen. Dort gibt es die Filie-Kirchengemeinde Sankt-Gangalf mit einem Gotteshaus aus dem 14. Jahrhundert, das 1904 verlängert wurde. Im zugehörigen Weiler-Blinshofen steht die Kapelle Sankt-Georg von 1485, die im 18. Jahrhundert erneuert wurde. In den anderen Ingerstadtteilen gibt es folgende katholische Kirchengemeinden. Dächringen, Erbstätten, Frankenhofen, Gelmerschwang, Granheim, Kirchbierlingen, Kirchen, Nasgenstadt und Ristissen. Alle genannten katholischen Kirchengemeinden gehörten bis Anfang des 19. Jahrhunderts zum Bistum Konstanz und anschließend zum Landkapitel Eing. Seit 1821 gehören sie zum Bistum Rottenburg, jetzt Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das frühere Dekanat Ingen wurde 2008 mit dem Dekanat Ulm zum neuen Dekanat Ingen-Ulm mit Sitz in Ulm zusammengefasst. Im 19. Jahrhundert zogen auch wieder Angehörige der evangelischen Kirche nach Ingen, später auch in die anderen heute katholischen Stadtteile Ehingens. Anfangs wurden sie von der Pfarrei Rottenacker betreut. 1848 wurde in Ingen eine Filierkirchengemeinde eingerichtet und 1879 eine evangelische Kirche gebaut. Seit 1889 besteht eine eigene Pfarrei. Das Gemeindezentrum Wenzelstein mit eigener Pfarrei entstand 1971. Heute bilden die beiden Pfarrbezirke Eingen-Nord und Eingsüd die evangelische Kirchengemeinde Eingen, die zusammen mit Almendingen die Gesamtkirchengemeinde Eingen innerhalb des Kirchenbezirks Blaubeuren der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bildet. Die Kirchengemeinde Eingen betreut auch die meisten evangelischen Bewohner der Einger Stadtteile. Frankenhofen gehört zur Kirchengemeinde Weiler-Steuslingen, Herbertshofen, Kirchbierlingen und Volkersheim betreut die Kirchengemeinde Rottenacker. Im Stadtteil Mundingen gibt es eine eigene evangelische Kirchengemeinde, die schon seit der Reformation besteht, weil dieser Ort damals bereits zu Württemberg gehörte. Die dortige Pfarrkirche wurde 1790 neu erbaut. Diese Kirchengemeinde, zu der auch die evangelischen aus den Stadtteilen Dechringen, Erbstätten, Granheim und Kirchen gehören, ist Teil des Kirchenbezirks Baturach-Münzing. Der Stadtteil Ristissen gehört zur Kirchengemeinde Ersingen im Kirchenbezirk Biberach. Neben den beiden großen Kirchen gibt es in Eingen auch freikirchliche Gemeinden, darunter die Archivolksmission. Auch die Neuapostolische Kirche ist in Eingen vertreten. Es gibt auch einen muslimischen Bevölkerungsanteil in der Stadt. Fast alle sind Anhänger des sunnitischen Islam. Den muslimischen Gemeindemitgliedern stehen eine große und zwei kleinere Moscheen bzw. Gebetstätten unterschiedlicher Träger zur Verfügung. Ein Großteil der muslimischen Einwohner Ehingens hat einen Migrationshintergrund. Die Älteren wurden Anfang der 1960er Jahre als Gastarbeiter angeworben, vor allem aus der Türkei. Die meisten leben schon in dritter Generation in Eingen. Die große Miflaner Moschee in Eingen mit einem 21 Meter hohen Minerit und einer Kuppel mit einem Durchmesser von 9 Metern, wurde im Jahre 2003 vollendet. Der Bettsaal bietet Platz für etwa 600 Gläubige. Sehenswert ist neben den Ornamentmalereien an den Wänden der 5 Meter hohe und 700 Kilogramm schwere Glaskristalleuchter mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. Finanziert wurde der Bau mit Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen der Muslime vor Ort. Träger ist der türkisch-islamische Verein DITIB. Die folgenden Gemeinden wurden in die Stadt Eingen eingegliedert. Berghach und Dettingen 1. August 1971 Naskenstadt 1. Mai 1972 Bergkirchen 1. Oktober 1972 Altsteuslingen Gelmerschwang Heufelden 1. Januar 1973 Altbierlingern Kirchbierlingen Scheibleshausen Volkersheim 1. Dezember 1973 Dechringen Erbstätten Frankenhofen Herbertshofen Mundingen 1. Januar 1974 Granheim 1. Januar 1975 Ristissen Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand Die Zahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter. Politik Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 49. 0. 0% zu folgendem Ergebnis Um 1290 wurde auch ein von den Zünften gewählter Rat genannt, dem der Bürgermeister vorstand. Ab 1444 wurde ein Ammann frei gewählt. Ab 1568 gab es drei Bürgermeister, die den inneren Rat bildeten. Einer davon stand als Amtsbürgermeister an der Spitze der Stadtregierung. Ab 1748 unterstand Ingen dem Oberamt Burgau. Die Amtsgeschäfte in Eingen führte ein österreichischer Vogt, dem ein Überreiter zur Seite stand. Ab 1756 gab es eine enge Deputation, einen inneren und einen äußeren Rat. In württembergischer Zeit war ein Stadtschulteis eingesetzt. Ab 1818 gab es auch wieder einen Rat. 1935 wurde aus dem Stadtschulteis der Bürgermeister, der seit der Erhebung zur großen Kreisstadt 1974 die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister trägt. Gegenwärtig wird der Oberbürgermeister für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Er ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Stadtverwaltung. Seine Stellvertreter sind der erste Beigeordnete und der Beigeordnete, beide mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister. Die Stadtoberhäupter Ehingen seit 1700, 1699 zu 1705 Jakob Höchst, 1701 zu 1713, 1731 zu 1737, 1739 Andreas Eisel, 1707, 1715 Franz Josef Kaiblin, 1722 Georg Kocher, 1731 zu 1758 Ferdinand Blav, 1749 zu 1753 Zacharis Salwirke, 1750 Johann Jakob Wolz, 1759 zu 1764 Franz Xaver Menne, 1759 zu 1764 Fidel Maria Billy de Pino, 1770 zu 1774 Anton Hohenadel, 1774 Konstantin Zeiler und Dr. Probst, 1780 zu 1787 Ignatienko von Jänkensheim, 1787 zu 1815 Josef Million, 1815 zu 1818 Xaver Burg, 1812 zu 1828 Josef Vogt, 1828 zu 1863 Gottfried Wittsiegenreuther, 1863 zu 1906 Franz Josef Müller, 1906 zu 1926 Andreas Locher, 1926 zu 1945 Hans Hänger, 1945 zu 1954 Max Gauter, 1954 zu 1986 Wilfried Hänger, 1986 zu 2010 Johann Krieger, seit 2010 Alexander Baumann, das Wappen der Stadt Eingen ist von Silber und Rot fünfmal schräg geteilt, die Stadtflagge ist weiß-rot, Das Wappen tauchte bereits 1304 in den Stadtsiegeln auf, dabei handelte es sich um das Wappen der Grafen von Berg der damaligen Stadtherren, im 18. Jahrhundert wurden die fünf Schrägbalken durch drei Schrägbalken ersetzt, das Regierungspräsidium Tübingen verlieh am 19. Februar 1979 das Wappen in seiner ursprünglichen Form, Eingen unterhält seit 1992 mit der Stadt Est-Ergom in Ungarn eine Städtepartnerschaft, Wirtschaft und Infrastruktur, Eingen liegt an der Donautalbahn Ulm-Donau-Eschingen und ist Regionalexpress-Halt, die Regionalexpress-Züge sind im Stundentakt schnelle Verbindungen nach Ulm und Siegmaring, nach Donau-Eschingen und Neustadt besteht ein Zwei-Stunden-Takt, Eingen ist auch Ausgangspunkt der stündlich verkehrenden Regionalbahnlinie Eingen-Ulm-Memmingen, damit fahren zwei Züge nach Ulm, die Stadt in den Donau-Iller-Nahverkehrsverbund eingegliedert, durch die Bundesstraße 465, die Bundesstraße 311 und die Bundesstraße 492 ist Eingen an das überregionale Straßennetz angebunden, Eingen liegt am Donauradweg der sich dort teilt, Der direkte Weg führt der Donau entlang über Erbach nach Ulm, der landschaftlich reizvollere verläuft über das Ur-Donautal in Richtung Blaubeuren, das heute von der Blau durchzogen wird. In Ulm vereinigen sich die beiden Zweige des Weges wieder, Unternehmen der Stadt sind Liebherr, Sapi, HTE Tries, Möbel, Borst, die Bergbrauerei im Stadtteil Berg und der Maschinen- und Anlagenbauer Kottmann. Eingen hat insgesamt vier kleine, wirtschaftlich unabhängige Bierbrauereien und bezeichnet sich selbst. Nach dem Gewinn des touristischen Ideen-Wettbewerb genieß erlern Baden-Württemberg als Bierkulturstadt. Eingen ist überregional bekannt als Sitz der ehemaligen Drogeriemarkt Kette Schlecker, die im gesamten deutschen Raum und im europäischen Ausland Filialen hatte. In der Stadt erscheinen die zur schwäbischen Zeitung gehörende schwäbische Zeitung Eingen und das Einger Tagblatt, eine Lokalausgabe der Südwestpresse. Seit einigen Jahren gibt es das Online-Nachrichtenportal wir-sinn-ingen.de. Das Amtsgericht Eingen gehört zum Landgerichtsbezirk Ulm und zum OLG-Bezirk Stuttgart. Weitere Behörden sind eine Außenstelle des Landratsamts Alb-Donau-Kreis und ein Finanzamt. Das Kreiskrankenhaus Eingen besitzt 198 Betten in den Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren und Urologie. Ein Dialysezentrum ist ebenfalls vorhanden. Die Bruderhausdiakonie betreibt in Eingen Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie. Die Stadt Eingen ist Schuldträger des Johann Wannerti-Gymnasiums Eingen der Realschule Eingen und der Hermann-Gmeiner-Schule. Ferner unterhält sie zwei Grund- und Hauptschulen, eine Hauptschule und fünf selbstständige Grundschulen. Der Alb-Donau-Kreis ist Träger der beruflichen Schulen, der Schmichtalschule für geistig Behinderte mit Schulkindergarten und der Krankenpflegeschule am Kreiskrankenhaus Eingen. Von 1983 bis 2009 befand sich in Eingen das nun nach Tübingen verlegte theologische Vorseminar Ambrosianum der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das die Möglichkeit bietet, in einem Jahr das Hebraikum, Greikum und große Latinum zu erwerben und Grundkenntnisse der Philosophie vermittelt. Im katholischen Internat-Kolleg-Saint-Josef wohnen Schüler, die die umliegenden Schulen besuchen. Die private Berufsfachschule des Internationalen Bundes E.V. runde das schulische Angebot Ehingens ab. Kultur, Sport und Sehenswürdigkeiten Ehingen liegt an der oberschwäbischen Barockstraße und der deutschen Fachwerkstraße. Am westlichen Stadtrand liegt das Naturschutzgebiet Blauer Steinbruch. Seit 2009 verläuft der oberschwäbische Pilgerweg ein spiritueller Wanderweg mit seiner Schleife 6 ebenfalls durch Eingen. Museen- und Galerienmuseum der Stadt Eingen im ehemaligen Heiliggeistspital errichtet 1340, Besenmuseum und Privatgalerie im barocken Schloss Mochental, Römermuseum in der Schule Ristissen, Pfarrer Dr. Waldsaal im Pfarrhaus Erbstätten, Modemuseum Feigl im ehemaligen Schulgebäude Granheim, Turmurenmuseum Granheim mit Motorrad- und Apparaturensammlung, Alte Säge in Mundingen, Braumuseum in Berg der Bergbrauerei Museum Le im alten Brauhaus, Städtische Galerie Ingen, Moderne Kunst und Sammlung Doris Nöth in Eingen, Esbäumle in Berg, Galerie Café Kunst Keller, Größter Verein der Stadt ist die TSG Leingen mit rund 2000 Mitgliedern. Aus der TSG Leingen ist der Basketballverein Erdgas Eingen Urspringschule hervorgegangen, der 2011 in die Poar aufgestiegen ist. Bekannt ist der Schlecker Cup, ein Handballturnier, zu dem alljährlich im Sommer erstklassige Teams aus ganz Europa antreten. Bauwerke Das Ständehaus am Marktplatz diente von 1769, 70. bis 1805 als Amtshaus der schwäbisch-österreichischen Landstände. Heute befindet sich darin das Amtsgericht, das Heiliggeist-Spital beherbergt die Sammlungen des Städtischen Museums, rekonstruierter Wehrgang, das Schloss Mochenthal, der Wolferturm, ein 30 Meter hoher Aussichtsturm aus dem Jahr 1891 erbaut als Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Turm. Die Liebfrauenkirche ist ein Beispiel franziskanischen Barocks und wirkt durch ihre geschlossene Innenausstattung. Die Herz-Jesu-Kirche mit kreuzförmigem Grundriss und angeschlossenem Konvikt stammt aus der Schule des Vorarlberger Barockbaumeisters Franz Bier. Die Ausstattung wurde während der Säkularisation zu großen Teilen vernichtet. Die Kirche Sankt Blasius ist eine barockisierte gotische Kirche mit einigen sehenswerten Renaissance-Alteren. Die Türme der drei Kirchen gelten als Wahrzeichen der Stadt. Das ehemalige Franziskanerkloster dient heute als Kulturzentrum. In allen Stadtteilen gibt es Kirchen. Die 2002 bis 2003 gebaute Meflana-Moschee mit Kuppel und Minaret am Marktplatz der Theodolbrunnen mit der Teufelslegende und Szenen aus dem Stadtleben. Ein 107 Meter hoher Kamin der Sapi-Papierfabrik, ein als Stahlfachwerkturm ausgeführter Schornstein. Ehingen ist eine Fasnetz-Hochburg. Die ältesten Berichte über Fasnetz-Veranstaltungen sind einige hundert Jahre alt. Eine Hauptfigur der Ehinger Fasnetz, der Muckenspritzer, nimmt Bezug auf einen vermeintlichen Kirchturmbrand am 27. August 1859, bei dem sich die Rauchwolke als gigantischer Mückenschwarm entpuppte. Die Narrenzunft Spritzenmuck reicht in die 1920er Jahre zurück und wurde in der heutigen Form 1955 gegründet. Weitere Ehinger Narrenzünfte entstanden in den letzten Jahren. Ein sonst nirgends nachgewiesener Brauch ist das sogenannte Hasselara. Am Kirchweihsamstag werden nach dem 12 Uhr läuten Hasselat wecken, Würste und Süßigkeiten vom Turm der Stadtkirche geworfen und von der Jugend aufgesammelt. Für zusätzlichen Spaß bei den Zuschauern sorgen einige Eimer Wasser, der allzuvorwitzige durchnässt.